Äh... 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 Alles okay? Ja, ja, alles okay. Warte mal verwehen, wir müssen irgendwas komisches, dummes machen. Ja, wir müssen halt noch Chelsea Towers fliegen, das ist doch schon komisch und dumm. Hallo, herzlich willkommen meine Freunde zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Äh, es ist schon ein wenig länger her, ich weiß, ich will aber auch bald wieder regelmäßig bringen. Frohes neues Jahr und... Los geht's! By the way, Niklas ist übrigens dabei. Hallo. Man begrüßt Gäste, wenn die auf einem anderen YouTube-Channel sind. So hab ich das zumindest gelernt damals in der Schule. In der YouTube-Schule und... Oh, oh, oh! Da oben hat ein Typ eine Handkanone und hat auf mich gezielt und ich lag rum die Scheiße. Oh, Lord. Achtung, über der Lobby war... Wenn der in meine Rolle läuft, dann lach ich. Über der Lobby war der Typ. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, der ist hier oben. Der ist hier, der ist hier. Wo ist der? Der ist hier. Der ist hier noch ganz oben. Natürlich fängt es jetzt bei mir an zu laggen. Willst du mich verkackern? Ja, bei mir lagts auch. Er ist oben auf dem Dach. Hast du Baumaterial? Äh, reiß ich da halt. Können wir den holen. Komm mal hoch, komm mal. Ich bin hinter dir. Geh fern mich an deinem Arsch. Oh, der wurde gekillt. Der wurde gekillt. Wir können holen seinen Loot. Ja, geil. Achtung, da kommt einer. Hast du grad die Schrot? Ach, du hast die Schrot rausgefasst. Die kommen von drüben. Oh, das ist ein Gegner. Scheiße, ich hab nicht realisiert, dass das ein Gegner ist. Ab ihn. Ja. Komm, komm mal hier. Ähm, hinter dir. Achso. Achtung, da baut sich einer, ne? Ja, da kommt, da kommt. Komm hoch, der baut sich hoch. Der ist hier. Bei mir da. Der ist hier bei mir. Oh, Alter. Hat ja gut geklappt. Das war wieder ein Typ im Skin. Er schaut mich nicht mal an und pilf nicht. Hat ja sehr gut geklappt. Nächste Runde. Türen bleiben offen, bis sie geschlossen werden. Ach, sag bloß. Ich bin im Aufnahmemodus. Aber bin ich immer krank. Komisch. Also komisch nicht im Sinne von lustig, sondern komisch im Sinne von was ist mit dem Typen los, kann ich ihm bitte erschießen? Ich bin Lehrer, bekomme ich bitte endlich meine Waffe? So eine schöne Dessert-Ibu für alle Lehrer. NG 259 und ne HTI. Und ne Barretta Kaliber 50. Ja klar. Oh, apropos MP5, ich hab grad eine gefunden. Ja geil, bei mir ist ne graue Salve übrigens jetzt davor gewesen. Ich fühl mich richtig hart an. Oh, schau mal, die kützeste Falle Fabian, komm mal raus. Wenn man hier raus läuft, dann wird man so gereckt. Aha. Oh scheiße. Oh, hier ist noch ne MP5, wenn du an willst. Ah, MP hab ich schon. Stell mal nicht vor ne Privatsphäre hier. Achtung. Du trinkst. Echt. Oh, Fabian, komm nochmal rein. So ein großes Bad hier drin wär doch chillig, oder? Mhm. Fehlt nur noch die Badewanne. Sieht viel cool aus. Komm lass mal wieder hochgehen, das sicher. Ne, lass mal rausgehen. Ich hab irgendwie Bock auf Action. Ja. Draußen ist nur grad nicht der größte Fein. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht gehört. Da ist ein Gegner bei mir. Ja, ich komm. Oh, da hat ne Falle platziert. Falle. Auch hier. Ja, ja, ich weiß. Der ist gerade hoch. Die. Was? Fuck, warte. Ahm. Ja, voll. So läuft das. Achtung, da kommt noch weiter. Wieso war das irgendwie klar? Und wieso kann ich das irgendwie Karma nennen? Und wieso ist das so fucking laut? Lass mal woanders hingehen wie Tilted. Bin dabei. Lass mal Snobby gehen. Lass mal im Menü gehen. Lass mal im Menü gehen. Ich dachte, wir gehen Snobby. Ah, stimmt, ja. Gewohnheit. Entschuldigung. Oder wollen wir mal Pleasant gehen? Das ist vielleicht bei der Route besser. Ja, komm, dann gehen wir mal Pleasant. Ist das Haus, dann? Ich geh auf den Berg vor, äh, Ding. Also, ich werd drauf gehen. Nein, 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 wirst du nicht. Ich bin nicht weit weg von dir. Doch, doch, werte ich. Nein, wirst du nicht. Weil da ist ein Typ mit einer Waffe direkt neben mir. Ich sag, dass du es nicht tun wirst. Und wenn du wartest, wenn du noch vielleicht fast eine Stunde auf mich wartest. Kannst du ehrlich, ich lexern wieder. Ja, war bei mir auch einmal ganz kurz so. Ratherbending. Warte mal ab, Niklas. Komm, wir müssen rushen, sonst kann ich nicht kämpfen. Ja, dann rushen wir. Dann komm. Komm, wir gehen hier in das graue Haus. Da, Gegner. Irgendwie hat er sich direkt wieder gebaut. Geil. Ah, da hinten ist ein Gegner. Hier sind überall Gegner. Hinten ist relativ. Komm, wir klatschen die. Ja. Aber hast du gesehen, wie wir noch nicht mal gekämpft haben und er sich direkt gebaut hat? Ja. Da, 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 da. Die sind in dem Haus. Zumindest war da gerade einer. Achtung, da ist er. Hier im Haus. Was bist du? Scheiße. Achtung, hinter dir. Ab ihn. Scheiße. Ich hab gedacht, du wärst der Gegner. Oh, ich bin so richtig boostet. Achtung, da kommt, da kommt, da kommt mit dem Jagdgewehr. Den holst du dir, den holst du dir. Papi. Papi. Geil. Achtung, ich glaub, da baut sich jemand hoch. Ja, ja. Ah ne, doch nicht. Doch, doch, doch. Warte, hier ist ein Gegner bei mir. Also nicht direkt, aber direkt in der Nähe. Doch, die sind über uns. Ja, ich geh mal kurz hier unter die Träume. So ein Dazer. Ich hab keinen einzigen Schuss getroffen. Fick mein Leben. Fick mein Leben. Wie hat der mich gesehen? So, also es ist ein Robby. Wir gehen in das Haus ganz unten links, ne. Da ist ne Chance, dass bis zu fünf Kisten spawnen. Okay, da sind viele in die andere Richtung gegangen. Ja, okay. Wahrscheinlich direkt so tiltet. Ja, wahrscheinlich. Sag dir diese Runde Top Ten. Ja. Also, ich sag entweder Top Ten oder wir gehen jetzt direkt am Anfang drauf. Genau. Genau, genau, genau. Ich lande in dem Turm mal hier. Ja, ich geh mal direkt in den Secret Ort. Okay. Auf dem Haus nebendran sind viele Menschen. Sehr viele Menschen. Okay. Willst du mich verarschen? Ah doch. Ich wollte schon sagen, da ist keine Kiste. Toll. Ne Armbrust. Bravo. Ab dem A1-Typ niedergeschreckt. Für Maschinen kurz. Ey, kannst du mal kurz rüberkommen? Sein Mate hat Waffen und so. Ja. Come away. Ich geh vor, damit ich wieder drauf geh. Okay. Oder auch nicht. Ach du heilige. Was denn? Schau mal auf die Karte. Oh, oh mein Gott. Was? Kannst du looten? Und ich baue Materialien. Können wir machen. Toll, ne graue Salve. Ja, genau die Fernkampfer, die ich mir gewünscht habe. Oh, ich hab nen Glitch gefunden. Welchen? Hier schweben Sachen in der Luft. Geil. So wie Minecraft. Sieht nach nem typischen Gaming Bros Lucky aus. Sieht nach nem typischen Meinluck aus. Ah, okay. Nevermind. Blaue M. Ja, wir müssen dann nochmal langsam los, ne. Wir haben noch anderthalb Minuten Zeit. Dann geht die Zone los. Wenn wir da umgehen, dann gemeinsam. Gegner. Hä, warum kommen die hierher? Ich weiß nicht, aber da ist ein Gegner. Zweierteam. Komm mal rüber. Hä, ach was. Leck mich. Ja. Ja. Beide. Der eine finischt mich. Ja toll. Digga, was. Nichts. Hier. Okay, ich seh sie. Ein Target Acquired. Nice. Erstmal das Ding hinten drüber. Ich dachte, wir haben ja angepüßt. Wir haben ja in der Zone. Neue Runde. Oha, ich bin grad mit einem in der Luft zusammengestoßen. Ja klar, warum nicht. Ach du warst es der auf die Bleibe geholt. Schau. Stell dich hier hin. Schau was ich hab. Schau was ich bekomme. Ja, Raketenwerfer. Ich bin dann mal raus. Jetzt auch du einen hast. Ja klar. Schau mal. Ohne Witz. Ich boogie sie und dann sprengst du sie. Okay. Achtung, da kommen von hinten noch welche. Ah. Ah, danke. Alter, Niklas ist dein scheißernst. Sorry. Das ist ein Gegner, ne? Ich wurde von einem Gegner angehittet. Natürlich was? Spiegt der Doppelkarte oder was? Ja geil, ich hab ihn getroffen. Das wird ne knappe Nummer. Aber es ist schon ruhig jetzt. Mhm. Also gehen wir wieder rüber ins Hotel. Warte, direkt über uns. Oh, hier, hier, hier. Ich komm von hinten. Okay, ich hab ihn zwei Hits gedrückt. Achtung, die finischen mich. Von hinten laufen noch. Von hinten laufen noch. Ich hab meinen Kill bekommen. Ich hab meinen Kill bekommen. Der wurde noch getötet. Die Digga, wir wurden grad von einem Noob-Team zerballert. Scheiße, ich komm nicht bis ins Epic Hotel. Nein. Ich muss hier landen. Ich muss landen. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Mann, jetzt hab ich keine Waffe, wenn da drüben ein Gegner ist. Der rippt, ne? Du kannst mal durch die Tür gehen. Ja, steil. Achtung, hinter dir kommt einer. Ja. 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 Oh, der war auch alleine, der Idiot. Wenn da jetzt ein Chak-Chak drin ist. Oder irgendwas, was besser als blau ist, ne? Digga, was? Oh, 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 oh. Schau mal, was ich hab. Ich hab's gesehen, die war lila, ne? Ja. Ja. Hier, habt ihr Spaß mit euren Granaten? Wie viel hast du da? Das waren normale Granaten. Weil jetzt alle bis auf die eine... Ich denk mir grad auch so, ey, das sind doch normale, weil es sind nur fünf, ey. Ja. Was? Upsa. An Silvester ist es auch immer so. Ich werfe immer so. Und auf einmal ist ne Feuerwerksrakete dabei. So. Auf einmal fliegt dann ne Rakete in ein Auto rein. Ich hab Angst, die weiß nicht, wo die sind. Geh runter. Gegen die Lobby. Oh, da drüben sind übrigens welche. Oh, kennst du die neue Stadt? Lobby Shores? Was? 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 Oh Gott, jetzt geht der, der war so eng. Gott, digger. Oh mein Gott. Gehen wir Lobby? Gehen wir Lobby Shores? Ohhhh. Gehen wir Lobby Shores? Ohhhh. Überhaupt nicht. Irgendwie schon ein Gegner. Wo ist der Dude? Der Dude. Der ist jetzt gerade runter gesprungen. Wo ist der Dude? 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 Nein. Ich hab die. War das der Typ? Ja. Es waren beide. Aha. 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 Schau mal. Aha. 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 Uh. Zwei Schuss. Ja. Aha. 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 Regner. Oh. Was? Oh Gott. Ich hab einen. Springen. Du musst springen. Ich weiß, das ist mir auch gerade eingefallen. Leck mich am Arsch mit dem scheiß Springen. Ich hab mit gegranatet. Der hat 5000 Granaten eigentlich gemacht. Ja. Scheiß Springen. Dreckspiel Mann. Wo gehen wir hin? Lucky Landing. Digger Dusty. Okay Dusty. Ja. Okay. Ich geh mal dort in den großen Tempel hier. Ja. Da wollte ich eigentlich gerade schon hin. Aber gut. Ja. Dann gehen wir halt beide hin. Der große Tempel ist groß genug. Was sagst du? Digger. Ich hab nur Monekinen gefunden. Und Schildrang. Ich hab einen Schildrang und eine grüne M. Nice. Hast du noch irgendeine andere Waffe? Ne. Also ich rusche mal drauf. Ich hab gerade Lucky Landing an sich. Also die Stadt überhaupt nicht gefunden. Ja. Ich auch nicht. Bei mir lagts gerade. Geil. Okay. Hier war noch niemand. Hier ist noch ne Lila, ne Shotgun. Was bist du? Ich dachte gerade da ist kein Gegner. Das ist eigentlich ne coole Stadt. Ja. Oh da ist Gegner. Gegner. Bei mir ist er. Und er hat ne Scar. Hab ihn. Alter hat er leckt. Er hat gerade Google Card geleckt bei mir. Die Scar ist meine. Ja. Wir können uns eigentlich noch relativ Zeit lassen. Ja. Oha. Was denn? Nice. Ich hab Muskeln. Ja. Ich freu mich sehr. Aber jetzt ist nur noch die Frage wo es sein Team ist. Keine Ahnung. Hast du noch nen Schildrang oder so? Ne leider nicht mehr. Ja wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen. Wir könnten unten an der Flussmündung vorbei. Da war ich noch nie. Ja gut. Das hättest du früher sagen müssen. Wahrscheinlich. Ja komm der geht. Ja okay. Ah so sieht das also aus. Ja ist einfach nur ein Wasserfall oder? Sieht übel hässlich aus. Ja. Also es sieht so aus wie ich erwartet hätte um ehrlich zu sein. Hässlich. Ich hab gedacht das so ne sexy ebenerdige Mündung ins wäre. Nö. Nö. Das wusste ich von vornherein dass das nicht der Fall ist. Okay wir haben es halt echt nicht weit für die Zone. Ja ach was. Ja ach was. Was meinst du was hab ich mir so Zeit gelassen hab. Also. Man kann so vieles an ähm. Fortnite kritisieren. Aber was man überhaupt nicht kritisieren kann ist die Grafik. Ich finde die ist gut. Ja. Also ich hab im Rhin das ist tilted. Tiltet noch so offen. Jol. Raketenwerfer nochmal. Toll. Und bei mir lagst du jetzt wieder. Willst du mich ver... Das ist übel lustig wenn man... Alter willst du mich verarschen das lag wieder die Scheiße. Bei mir lagst du gar nicht das ist immer... Oha. Ich hätte fast n... Das ist doch nur... Das ist doch nur ein Computer lag bei mir. Also es lag nur bei mir am Computer. Kann aber... Wenn du mich beschützt kann ich mal schauen ob ich irgendwie... Vielleicht hilft das. Fabian 20 Sekunden tic tac. Ja toll das ist schön aber wenn ich... Wenn ich... Wenn ich alle drei Sekunden für eine Sekunde ein Standbild hab. Mh. Mh. Du musst bauen. Kann das nicht. Toll. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder scheiß Spielen neu starten. Was ist denn das? Mein PC sollte doch eigentlich ausreichen. Mh. Ne. Für Fortnite. Die haben so Ansprüche. Alter das kotzt mich so an. Oh da war noch Raketenmunition drin. Ja das kannst du mir nachher geben wenn Ruf. Alter. Das kotzt mich so an. Das ist nicht das erste mal. Das ist irgendwie schon das fünfte mal dass es so ist. Und jetzt geht's... Ja. Oder immer noch nicht. Vor allem halt mein PC sollte eigentlich ausreichen. Das ist halt das was mich am meisten ankotzt. Für all die denen nicht wissen was ich in meinem PC hab. Also ziemlich gut für die Laien. Ausreichend für Fortnite. Lass mal hier an Shifty Chefs vorbeigehen. Aber... Ne lass reingehen. Ich würde gerne reingehen. Echt? Ja. Ja ja ja. Da könnten sich Leute vercampt haben ne. Ja und wir können die Platt machen. Wenn das jetzt tilted ist. Das wäre sowas von... Tilted. Und Karma und Scheiße. Das wäre sowas von tilted. Und jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich keine Legs mehr. Du mich auch. Lass einfach Buschcampen. Ich meine. Komm wir gehen auf so ein hohes Haus in dem Jumpheld. Weil wir gehen ins Classic Hotel. Das müsste ja dort auch irgendwo sein. Ja. Classic Hotel. Das ist es. Also von hier aus müssten wir es ins Classic schaffen. Wenn du direkt oben Deems baust. Musst du verwehren? Mhm. Ach du Scheiße. Ich bin nicht mal drauf gegangen. Aber gut. Hab ich sie unter dir platziert? Ja. Ich bin nicht mal drauf gestanden. Oh Scheiße. Sorry. Oh lol. Hier liegt ein Jagdgewehr. Hier liegt einfach so ein Jagdgewehr rum. Nein. Hier liegen zwei Jagdgewehre rum. Hahaha. Das ist so gut. Wenn man so zurück ist im Classic Hotel. Fühlt man sich direkt wie zu Hause. Das sind wohl keine Fehler. Nates. Gegenüber. Ja. Ich hab's gesehen. Top 10. Top 10 Bruder. Vielleicht wird das mein erster Sieg. Vielleicht. Das wird dann mein zweiter. Mann ey. Jetzt ist es wieder so ein scheiß Base gebaut und so ein Rotz. Mann. Ich hasse das so arg. Falle. Ja. Komm wir warten bis die weg gehen. Wir gehen als letztes. Okay. Dann snacken wir die. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich. Ich würde da jetzt erst noch die Kiste looten wollen. Weil so gut ist mein Loot jetzt auch noch nicht. Ich sehe wir verstehen uns. Was? Digga ich hab nur noch. Als ob der mich bekommen hat. Leckt mich. Der ist oben drauf bei Südost von mir aus gesehen. Von der anderen Seite. Natürlich. Mann. Aber ganz ehrlich. Ich würde da jetzt erst noch die Kiste looten wollen. Immer als wir raus gehen oder so. Wir gehen immer einen falschen Moment raus. Immer. Wir gehen raus und werden direkt umgebracht. Ja. Ja. Die Runde von gerade eben war jetzt so gut. Ich glaube wir können damit die heutige Folge auch beenden. Und ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.